Hallo, hier ist es Martin von Meine Mankees, das ist die DAX-Analyse für Dienstag, den 20.08.2024 und ja, unser DAX hier auf der Blooming-Wiese, alles schön, alles toll, alles ruhig, alles friedlich, steigt hier einfach weiter, ist aber auch okay, soll er machen. Hier hatten wir gestern verschiedene Szenarien durchgesprochen, insbesondere die Möglichkeit, sich auch nach unten ein bisschen wieder zu bewegen, dafür sollte er zum Start gleich, früh 9 Uhr hochstechen in die 424, sich dort hart abstoßen, wurden auf die 200 wieder zurück, der 300, das hat er nicht getan, hat sich stattdessen einfach nur nochmal Schwung geholt auf der 300, 335, sich von da wieder hochgestreckt, dann eben sogar relativ smooth durch die 424 durchgearbeitet, die 460 schon mal angetatscht und sieht sozusagen danach aus, als dass er hier im Tagesschat jetzt eben auf die größeren Sachen geht. Der hat mal gestern so sinngemäß gesagt, wenn die 420 eben nicht nach unten zuckt, dann würde er bestimmt hier so im 100er-Übstand die Marken dann anpeilen, die dann da eben bei 490, 500 kommen und 600, ja, also hier die eine, dann die nächste, das ist dann hier, das ist die 600, der Beginn von dieser großen Rutsche bei 500 rum und können auch nochmal genau gucken, wo da die Eröffnung war, das war 512, ja 512, 600, das sind jetzt die schönen Marken für den Dienstag, wenn er eben weiter oben auf der Oberseite aktiv bleibt, spricht auch hier erstmal nichts dagegen, er muss ja eigentlich bloß das beibehalten, was er gerade hat, da scheinen auch genug Leute gegenzuschorten, sonst würde er nicht so schön steigen, das macht er dann eigentlich immer, wenn die Leute halt noch ein bisschen vor sich her schieben kann und wenn man guckt, wo würden die ihre Stop-Loss positionieren, orientieren sie sich dann immer mit einem geistigen Auge hier an den vorherigen Kursen, ja, das heißt, sie legen ihre Stop-Loss dann da über die Hochs und von daher darf man da ruhig noch drauf hinpeilen, dass da noch ein bisschen was gehen kann, die übere Kante, die war dann hier bei 700, ja, vergesst das auch nicht, 600, hier bei 510, die 600 und die 700, das sind jetzt die nächsten größeren Marken auf der Oberseite, die 200er Geschichte, die wir gestern besprochen haben, die bleibt allerdings so auch gültig, also die 200 ist und bleibt unten, schöner wieder, schöne Unterstützung, sollte er sich dann doch unverhofft ein bisschen deutlicher wegdrehen, müsst ihr natürlich das auch erstmal hinkriegen, dann von oben durch die 360, 335 durchzukommen, das ist jetzt ein schöner Support von hier oben, ja, also der kann auch locker wieder hochdrehen, lässt er den aber fallen, geht auch unter 300 zurück, wird es mir schon danach riechen, dass wir die 200 anpeilen mit den zwei Gaps, die da hier noch offen sind und dann eine schöne, schöne Stelle, um sich auch nochmal aufzudrehen, ja, aber kann natürlich wirklich sein, dass er dann auch schon bei 360, 335 anwenden, nochmal sich hochzudrehen, steht halt momentan recht gut, ja, da müsst ihr einfach wieder sich das Bewegungsverhalten ändern, denkt da dran, das ist immer ganz wichtig zu beachten, das klingt immer so lapidar hergeredet, ja, beobachtet das Bewegungsverhalten, aber es ist halt einfach so und es ist auch sehr einfach, das zu erkennen, die meisten tun sich dann bloß schwer und suchen mal irgendwelche Gründe, warum es jetzt genauso nicht ist, aber am Ende ist es fast immer so, wenn der DAX so ruhig ist und so gechillt ist und einfach nur zur Seite rumfummeln, dann geht der weiter nach oben und natürlich wird das irgendwann mal nicht klappen, aber das klappt also gefühlt echt auf 10 Mal und deswegen darf man da auch zu sich ehrlich sein und sagen, okay, das ist halt hier einfach noch gechillte Lager, dann blande ich oben noch ein paar weitere Hochs und das ist eben dann noch nicht die Zeit, um dann den Big Short auszupacken und dagegen zu wuchten, das könnt ihr allen anderen überlassen, diejenigen, die da auf der Seite stehen, in den schönen Statistiken, wo es dann heißt, 90% aller Privatanleger filieren nur ihr Geld mit Trading, na, und überlasst das denen und versucht eher noch mit dem Trend ein bisschen was zu partizipieren, da mitzugehen und einfach eure Punkte rauszuholen. Platz ist noch, Ziele immer auch noch vor der Linse und solange der ruhig bleibt, kann er das. Hier ist was wichtig, eben zu betonen, er müsste, um hier eben wieder auf der anderen Seite ein bisschen aktiver zu werden, das Bewegungsverhalten erinnern, er muss wieder Dynamik auf die Roten bringen, tiefere Hochs, tiefere Tiefs, solange man sowas nicht sieht, braucht man es auch erstmal nicht erwarten, sieht man es aber, heißt es dann eben ein bisschen vorsichtig und kein übertriebener Long-Optimismus dann, ja, also wenn er dann wirklich anfängt zu schnauben und sich zu drehen und er macht nur tiefere Hochs und tiefere Tiefs, dann gibt ihm den Platz. Wir haben gestern Sinn, also wir haben gestern gesagt, das ist jetzt so ein Bereich, wo ich mir gut vorstellen kann, dass wir auch einen Wochenschutz auf die 335 kriegen, das bleibt auch gültig, ja, also, wir sind in der Range halt, wir sind hier in der alten Schiebezone und es würde mich nach wie vor überhaupt nicht wundern, wenn der sich hier auch irgendwo dann wieder oben jetzt noch die Leute rausschoppt, ja, und sich dann einfach wieder ein bisschen zur Seite 1-2 Wochen schaukeln lässt, das würde mich nicht, nicht, wirklich nicht wundern. Gut, aber ich bleibe auch dabei, solange Stärke zeigt, ähm, da oben raus ruhig die Punkte eben noch mit abgreifen, ähm, und, ja, mehr kann ich gar nicht sagen. Das ist es, ja, Ziel hier auch vom Träger auch schon wieder fast abgelaufen, können wir mal ein bisschen ranholen. Jo, Freunde, ich mache hier aus, ich wünsche euch Spaß, gutes Klingen, viel Erfolg, dass wir jetzt noch mal wieder auf den Centers.